Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Infovideo, denn in, naja, nicht mehr ganz zwei Stunden, wir haben jetzt gerade 18 Uhr, ja und zwei Minuten, also sprich um 20 Uhr, haben wir unseren ersten richtigen Livestream. Die letzte Mal war einmal bloß ein Test, haben auch kurz angekündigt und noch so ein spontanen Livestream zum LP von Pass It Me, also einmal von mir Industrial Craft und Pass It einmal Tech It. Wer sich das nochmal anschauen möchte, kann hier auf den Livestream gehen, also www.livestream.com. Der hat das Ganze nämlich aufgenommen, weil er die beste Internetleitung hat. Wer sich das noch anschauen will, der kann hier Minecraft 4 suchen, da ist eigentlich ein Großteil der Aufnahme noch mit drauf. Hier sind auch ein paar andere Videos, ein paar Testvideos, ich denke, da muss Logs nochmal aufräumen, was das noch alles so gibt. Die Qualität ist teilweise auch nicht so gut, das war jetzt nur rumgetestet. Und wir hoffen, dass wir heute Abend das Ganze ein bisschen besser schaffen und wir freuen uns natürlich auf so viele Zuschauer wie möglich. Also, wenn ihr Lust und Zeit habt, dann schaut doch mal vorbei, heute Abend 20 Uhr auf den Livestream, auf Livestream.com. Okay, ich freue mich auf euch, bis dann! Hmm.